Ehhh Krass Wollte verzeigen ey So, nehmt dann bitte eine Bunker, der grad gleich ne Schütze ist Ich hab auf jeden Fall ein Fahrzeug genommen Dr. Schilly, du oder, ähm, Schwarzsonne bitte, einer von euch beiden Funker Kann ich den ganzen fucking Tag machen, Jungs Ich mach das, weiß ich, ich muss nur sterben Jaja Was ist denn mit ihm los? Granate zu den Füßen weg, Wunder, das geht schon So, haben wir jetzt hier Ruhe im Puff Ich würd dann nämlich jetzt gerne das Land verlassen Und auf meinem Trecker einen Sonnenuntergang Hast du jetzt einen Trecker gefunden oder was? Ja, der Trecker wurde mir gebracht Von der amerikanischen Infanterie-Division Aber es wird jetzt Zeit, mit dem Trecker das Land zu verlassen See you See you Das war auf jeden Fall totally worth it See you